hier ausmachen. Ja, alles gut. Schlafrhythmus am Arsch, Mittwoch wieder Arbeit. Okay. Ich reg mich doch jetzt schon auf. Also, nochmal kurze Zusammenfassung. Was war eigentlich, also gestern haben wir uns, oder habe ich mich, im Stream darüber aufgeregt, dass der Offline-Shop wirklich zu einem richtigen Bucherpreis angeboten worden ist. Hat ja alles damit angefangen, dass es im, also es wurde ja angeteasert, ganz groß, ja, es kommt ein Offline-Shop-System. Alle haben sich richtig dolle gefreut und aber viele haben auch schon so ein bisschen gewusst, okay, der Offline-Shop, der wird wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich im ITM-Shop nur erhältlich sein. Oder wie die jetzt manchmal geschrieben, auch zu gewissen Events. Aber, wie wir gesehen haben, irgendwie mit den Events klappt es ja auch nicht so wirklich. Auf jeden Fall. Ich möchte euch da jetzt mal kurz was zeigen. Das war ja gestern so gewesen. Da gehen wir mal wieder auf die Animation. Moment. Da gehen wir nochmal wieder hier zurück. Guck mal, dann muss ich mal hier das Bild mal hochsetzen. Gestern haben ja die ganzen Leute bestimmt auch da fleißig zugeguckt, dass er dieser Premium-Shop reingekommen ist. So, wir haben ja jetzt die letzten drei Sekunden, der kam in die Blitz-Auktion rein und alle haben sich gefragt, okay, jetzt kommt das in die Blitz-Auktion rein, für wie viel Geld? So, drei Stunden lang oder, ja, ja, doch, drei Stunden lang war er in der, ähm, Blitz-Auktion zu erwerben. Haben angefangen mit 425 DR. So, okay, so, haben sie ja schon mega viele aufgeregt, kann ich ja auch verstehen. Das ging drei Stunden. Der Endpreis davon, ja, der Endpreis davon lag so circa bei 130, 140 DR. Das war der Endpreis für ein Offline-Shop-System, was sieben Tage geht. Sieben Tage. Circa 130 bis 140 DR. Sind ungefähr, wenn du jetzt keine Happy Hour nutzt, circa 10 Euro. Bisschen, bisschen weniger als 10 Euro, sondern 8, 9 Euro. Wo ich mir wieder an den Kopf fasse und mir denke, was? So, man muss ja überlegen, wenn so eine Blitz-Auktion da gestartet wird, dann kann man sich ja ungefähr so denken, wie viel die wahrscheinlich dann das Teil im Item-Shop setzen werden, wenn sie das denn permanent im Item-Shop packen. Jetzt können wir mal davon ausgehen, dass mindestens 100 DR dafür verlangt werden. Also, wir sagen mal, sagen wir mal so 120 DR. Die ganze Community hat sich darüber aufgeregt, also wirklich 99 Prozent hat sich nur darüber aufgeregt, was das für ein richtiger Wura-Preis ist. Das Forum explodiert ja auch. Es explodiert ja wirklich richtig. Also, es sind jetzt, glaube ich, schon 50.000 Zugriffe nur in diesem Thread. Also, wir haben hier, der wurde am 29. Oktober aufgemacht und da hat jetzt schon 59.000 Zugriffe und 1.700 Antworten. Wenn wir nur draufklicken, da wird wirklich das ganze Forum auseinandergenommen von lauter Spielern, die ich natürlich verstehen kann, die wirklich komplett unzufrieden damit sind, weil die wirklich sagen, also, was ich ja auch verstehen kann, dass eigentlich dieses Feature als Gratis-Version angeboten werden müsste, was auch wirklich jedes Game anbietet. So, was machen die? Sie wollen Geld dafür. Okay. Wahrscheinlich, das glaube ich jetzt zumindest, müssen wir uns mit diesen Gedanken abfinden, dass wir dieses Item gratis bekommen. Was ich auch gesehen habe, dass wirklich auch die türkische Community da auch kein großer Fan davon ist. Also, die haben ja auch, also, so wie ich es in einem Screen gesehen habe, da müsste ich jetzt aber nochmal ganz schnell nachgucken, war die türkische Community auch kein Freund davon gewesen, dass das für so einen, ja, für so einen kranken Preis eigentlich angeboten wird. Wir können es nochmal hier gucken. Das hat mir gestern ein Kollege geschickt. Ähm, das war der, ja, die türkische Community. Einfach nur mal ein kurzer Screen davon. Ja, gut, hier heißt es irgendwie Online-Shop for free. I don't know, warum. Ähm, aber anscheinend wollen die das ja auch nicht haben. Also, jeder ist so ein bisschen der Meinung, dass diese Preise, die da anscheinend jetzt kommen werden, dass die einfach viel zu viel zu viel sind. Und das sehe ich natürlich auch so. Jetzt wird da alles gehatet. Also, jetzt wird da alles, ja, was heißt gehatet? Eigentlich bin ich schon trotzdem noch sehr, sehr konstruktiv damit umgegangen, meine Augen nach. Klar, du hast immer ein paar Ausreißer dabei, die sich da wirklich, ähm, total, die total durchdrehen, keine Frage. Ähm, der Max, also der Max, äh, Royale, wie der heißt, der hat schon ein Statement dazu verfasst. Ich müsste jetzt aber nochmal schnell raussuchen, wo das war. Also, der hatte auch wirklich dazu geschrieben, dass wir uns damit abfinden, also nicht damit abfinden müssen, sondern, dass er dazu geschrieben hat, dass es noch keine Informationen dazu gibt, dass er, ähm, irgendwas davon, also es gibt noch keine Informationen dazu, dass irgendwas noch, ähm, gratis kommen sollte. Das gibt's noch nicht. Also, äh, aber was er geschrieben hatte, war, dass die negative Kritik auf jeden Fall weitergeleitet wird. Gut, man kennt's, wird immer weitergeleitet, ne? Und, ja, heißt eigentlich wieder im Endeffekt so viel wie, äh, ja, also wahrscheinlich wird da jetzt nix gemacht. Es ist ein Riesenupdate, worauf sie so viele gefreut haben und trotzdem schaffen sie es, uns alle so zu enttäuschen, was ich so verdammt schade finde, weil ich weiß nicht, wie sie auf manche Ideen kommen, also wie das hier überhaupt alles gemacht wird und geplant wird und wer die DR-Preise bestimmt. Ja, mir ist doch. Also, das erste Mal, als ich Max dazu geäußert hat, war hier, ähm, es gibt nach wie vor keine Pläne, den Premium-Laden dauerhaft kostenlos anzubieten. Während manche In-Game-Events, in Klammern, wie jetzt anhand während des Server-Seer-Wettstreits, werdet ihr die Möglichkeit haben, den Premium-Laden als Belohnung im Spiel zu erhalten. Wow. Neue Spielinhalte wie den neuen Kontinent wollen wir euch in Zukunft ohne Aufpreis zur Verfügung stellen. Was? Wow. Dankeschön. In Zukunft ohne Aufpreis wo ich mir denke, so, das müsste halt Standard sein. Ähm, Premium-Features wie der Premium-Laden werden allerdings kostenpflichtig bleiben. Auch Avatare und Hashtags werden daran nichts ändern. Also, da hat es klipp und klar gesagt, das Zeug wird nicht kostenlos kommen. Da können wir so viel streiken. Also, gut, weiß ich nicht, wie viel es hilft, aber, ähm, es sieht jetzt nicht so aus, dass es in die Richtung gehen wird, dass, dass wir was daran ändern. Aber, was er noch geschrieben hat, die Preisgestaltung wird mit Sicherheit noch ein Diskussionsthema sein. Insbesondere, weil die Reaktionen auf das Angebot während der Blitzauktion ziemlich eindeutig negativ waren. Ich gehe davon aus, dass der Premium-Laden in Zukunft permanent im Itemshop angeboten werden wird. Ein konkretes Datum dafür liegt mir allerdings noch nicht vor. Ähm, ich bin jetzt erstens sehr gespannt, für wie viel Geld es reinkommt. Und ich sage es euch ganz ehrlich, auch wenn das Ding 60, 70 DR, 80 DR kosten wird, ich werde mir das safe nicht holen. Auf gar keinen Fall. Ähm, maximal, also das wäre ja wirklich das maximalste, was auch schon viel zu viel zu viel ist, wären 50 DR für eine Woche. Und das, das ist schon viel zu viel. Aber das wäre noch so ein Preis, wo noch manche sagen, ja, boah, schmerz, ich mache. Ähm, normalerweise müsste man eigentlich das anbieten für, wenn die schon für DR anbieten, für 9 oder für 19 DR. Und damit hätte sich die Sache natürlich am besten gratis, definitiv. Aber das wird anscheinend nicht mehr kommen. Wir können uns diesen Gedanken wahrscheinlich abschminken. Sehr traurig. Also, ich verstehe nicht, warum sowas so geplant wird. Man könnte, wenn man das, wenn man dieses System angeboten hätte, als Gratis-Version durchgehend, es wären so verdammt viele Spieler wieder gekommen. Und die hätten tausendmal mehr Geld eingenommen, als wenn die daraus keine Premium-Version machen würden, dass du Geld zahlen müsstest. Es wären so viele Spieler gekommen. Die hätten so viel Geld daran verdient. Und trotzdem schaffen sie es, die Leute wieder damit zu vergraulen. Ich habe so viel jetzt im Forum gelesen, dass die Leute, dass viele wieder aufhören, dass sie gar keine Lust mehr auf den ganzen Scheiß haben. Die Leute sind wirklich richtig angekotzt. Die haben gar keinen Bock mehr. Kann ich ja komplett nachvollziehen. Du freust dich auf ein jahrelang ersehendes Update. Und die schaffen es nicht, ein einziges Mal den Spieler halbwegs zufriedenzustellen. Wahnsinn. Also, es ist einfach traurig. Und ich bitte da auch wirklich jeden, der da irgendwie im Forum mit aktiv ist. Trotzdem, ähm, schreibt was im Forum. Schreibt, schreibt wirklich Kritik, Kritiken? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, ähm, kritisiert wirklich die Leute, aber nicht, bitte nicht beleidigen. Damit kommen wir nicht weiter, aber kritisiert es. Ob es jetzt was hilft, ist mal die andere Frage, aber jede Stimme zählt. Und wir haben schon richtig, also wenn ihr mal überlegt, nur da sind einfach jetzt schon 60.000 Zugriffe drauf. Vorher Max Royale hat vor einem Moment sogar noch was geschrieben. Äh, müssen wir mal kurz mal lesen. Sorry, aber wenn das eure Reaktion auf die Hate-Welle ist, dann wundert euch nicht, wenn in zwei Tagen die Hütte brennt. Äh, Max Royale schreibt, nein, diese Entscheidung hatte andere Hintergründe. Direkt oder indirekte Werbung für illegale Server werden hier selbst im Meme-Thread nicht akzeptiert. Ähm, ja gut, man muss auch sagen, ähm, auch wenn die P-Server, ähm, Ideen meistens besser umsetzen als, ähm, der Office-Server. Ähm, klar, die, ähm, P-Server-Sachen sollten dann nicht im Forum, ähm, ja, mit reingeschrieben werden. Bring, sind halt die Regeln einfach, mein Gott. Auch wenn es jetzt angebracht ist oder nicht, aber, ja, ganz schlimm. Also ich bin maßlos enttäuscht. Also ich habe auch manchmal, ich habe auch ein bisschen Bedürfnis, das Game zu quitten einfach und dass wir nur noch Just Chatting einfach machen, ehrlich gesagt. Ähm, aber das, das, das tut weh. Ich sehe gerade, meine Kamera ist verdreht. Wartet mal. So. Sagen wir mal, jetzt, jetzt, jetzt müsste es wieder ein bisschen besser sein. Nee, ich glaube, es hat sich gar nichts geändert, ehrlich gesagt. Ähm, ja, also wirklich, ähm, liebe Gameforge, äh, an euch. Ich bin maßlos, maßlos enttäuscht von euch. Ich finde es eine pure Frechheit, dass ihr die Spieler so, so in den Rücken reintretet einfach. Wirklich maßlos enttäuscht, dass ihr die Spieler so in den Dreck zieht damit. Ähm, die Spieler, die jetzt schon, die, die schon so viel Geld reincachen und man sie trotzdem so schlecht behandelt mit solchen Sachen. Ich weiß nicht, wie bei euch die Preisgestaltungen oder die, ähm, ja, wie bei euch Gespräche aussehen, wie bei euch es aussieht, wenn ihr Kritik wahrnehmt oder wie ihr mit Kritik umgeht. Aber in meinen Augen könnt ihr das nicht. Ihr seid dafür, dazu wirklich nicht in der Lage. Das werde ich auch so hochladen. Ist mir egal, ob ich da jetzt, ähm, ob mein Video dafür runtergenommen wird. Ähm, das ist eine pure Frechheit, was ihr da macht. Das ist ein richtiger Schlag ins Gesicht wieder mal für die Community. Das war es schon damals bei den ganzen Servern, bei diesen neuen Serverstarts von Tigerghost und Azrael gewesen. Das war eine pure Frechheit. Ich weiß nicht, was bei euch in den Köpfen abgeht. Ich würde so gerne mal mit euch reden und, und, und einfach so gerne mit euch reden und mal wie gesagt, wie so ein Interview führen und dass ihr euch mal endlich mal gescheit rechtfertigt dazu, warum ihr sowas macht. Und jetzt soll mir bitte keine Leute damit kommen und sagen, naja, ihr müsst das ja nicht nutzen. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass die Preise komplett unverschämt sind, dass die Spieler immer wieder, ähm, in gewisser Weise indirekt gezwungen werden, reinzucachen, wenn sie was erreichen wollen. Und da sollen wir nicht damit kommen, dass wenn jemand cachen will, also wenn jemand vorankommt, dass er cachen muss, das mag natürlich sein. Da bin ich, also da bin ich auch der Meinung, wenn jemand, ähm, wirklich richtig, also viel schneller vorankommen möchte, dann kann er gerne cachen, keine Frage. Aber, neue Spieler kriegt ihr sowieso nicht mehr. Die neuen Spieler sind die Botter, die ihr momentan wieder bekommt. Ähm, neue Spieler haben gar keine Chancen in dem Game, außer sie traden sich irgendwie hoch, was nicht der Sinn von dem Game ist und was auch sehr müßig und langweilig ist. Ähm, ihr macht das Spiel so hart kaputt, das ist traurig. Ich spiele das Spiel wirklich gerne, aber ich habe aktuell auch gar keinen Bock mehr eigentlich, selber meine Let's Plays und so weiter zu machen, weil mich das so nervt, dass sie es immer wieder kaputt machen müssen, dass man nicht ein einziges Mal auf Spieler normal eingehen kann, mit der Community zusammen was entscheiden kann und immer in meinen Augen sich so viel um das Geld drehen muss. Das ist zum Kotzen. Einfach zum Kotzen. Ähm, ja, das war jetzt so mein Statement dazu gewesen. Mehr habe ich nicht dazu zu sagen. Ach ja, und für die Leute, die mir nochmal mit dem Argument kommen, ähm, weil ich es vorhin mal gelesen habe, unter Simply sein Video. Da hat er ein Video dazu gemacht, ähm, ist ja alles gut. Hat einer einen Kommentar geschrieben, dass er 25 Euro angebracht findet, weil, ähm, ja, die Leute stecken ja sowieso Geld für Switcher rein. Da kann man das ja auch dafür machen. Der Typ ist richtiger... Ne, ich kann es nicht... Ne, kann ich nicht sagen. Der Typ ist komplett lost einfach. Ich habe das auch in den Kommentaren schon geschrieben, dass der Typ einfach einen, kompletten Batsche einfach weg hat. Wer das unterstützt, wer auch unterstützt, dass man für einen Offline-Shop pro Woche 10 Euro zahlen soll, Alter, hau ab. Hau einfach ab. Ekelhafte Menschen einfach, die sowas unterstützen und kommt mir auch nicht mit dem Argument, naja, aber dann sparst du, dann spare ich ja mehr Strom an Stromkosten. Digga, es gibt nicht nur Leute. Es gibt nicht nur Leute, die nachts ihren Scheiß-Shop stehen lassen. Es gibt auch verdammt viele Leute, die einfach am Tag online kommen. Ja, ganz normale Menschen. Die kommen da online, stellen ihren Shop, gehen nach vier Stunden wieder auf und fahren den PC runter. Ja, nicht jeder gottverdammte Medienspieler lässt seinen blöden Shop über Nacht offen. Das darf nicht der Ansatzpunkt sein. Es darf nicht das Hauptargument sein, dass Stromkosten gespart werden. Wie weit sind wir denn, Leute? Hallo, hier oben. Das darf es nicht, das darf wirklich nicht das Hauptargument sein. Das Hauptargument muss trotzdem bleiben, entweder Offline-Shops gratis oder für einen vertretbaren Preis im Item-Shop. Und mit vertretbar meine ich 10 bis 20 DR und nicht 100. Das ist ekelhaft. Ekelhaft. So, das war jetzt mein Statement. Ähm, damit hat sich jetzt... Ach ja, nee, doch, warte, eine Sache haben wir noch. Was? Eine Sache? Dann bin ich durch. Ähm, kurzes Ding. Ekelhaft des Todes. Sie haben ein Rad rausgebracht, weil die ja gesagt haben, mit, ähm, Item-Shop-Events und bla bla bla. Ähm, wo ist denn das jetzt? Ähm, gab's da nicht ein Rad? Ach nee, das Rad kommt noch, oder? Moment. Ähm. Oh, wo steht das? Das stand doch hier irgendwo. Ähm, es soll ja eigentlich ein Rad des Handelns doch kommen. Es soll eigentlich ein Rad des Handelns kommen und das soll der Premium-Shop zu erwerben sein. Für nur 25 DR pro Dreh. Lost, alter. Alle lost hier drin, ey. Ähm. Ähm. Mann, hat noch zufällig jemand diesen Thread einfach, wo es den gibt mit dem, mit diesem blöden Rad? Ähm. Wahrscheinlich ist da oben eh nichts zu finden, oder? Geh ich mal jetzt schwer davon aus. Ah, nee, 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 das war nur Update. Moment. Nee, geht zurück. Blablabla. Hä, wo ist das denn? Handelsmap. Hä, da war doch vorn, da war doch vorn ein, ein Post dazu gewesen, dass doch ein, ein, ein Rad reinkommen soll. Warte mal, wir haben es so, wir können doch mal bei ihm gucken. Der hat es doch vorn irgendwo, letzte Aktivitäten. Neue Ära, neue Ära, neue Ära, neue Ära, neue Ära. Da! Rad des Handelns. Hier. Ähm, ein, wieder ein neues Schicksalsrad, wenn man das jetzt mal so sagen möchte, wo man einen 30-Tage-Lolli erhalten kann, oder den 7-Tage-Premium-Shop. Für nur 25 DR pro Dreher. Nur, ja. Ähm. Mit nur einer Ebene. Keine zweite Ebene. Ich könnte kotzen. Das ist schlimm. Ekelhaft. So. Jetzt bin ich da durch mit dem Thema. Ich habe alles dazu gesagt, was ich sagen wollte. Ähm. Es kotzt mich tierisch an. Es tut mir halt wirklich so, so, so leid für die Community und auch für Spieler, die mal sich wirklich, ähm, die sich wirklich, die sich wirklich da mal gefreut haben. Es tut mir so leid für die Spieler, wirklich, es tut mir so leid für die Spieler, die das wirklich, dieses Game mit Leidenschaft spielen und so hart in den Rücken getreten werden. Ich finde das so schade. Ich finde das so schade von der Gamewatch, dass man es nicht einfach mal, dass man nicht einfach mal der Community ein Dankeschön geben kann dafür, weil sie trotzdem dieser Firma so viel Geld eingebracht hat. So viel Geld. Ja. Gut. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Und